Was wäre, wenn wir nur noch eine Landschaft sehen würden und nicht die ganze Vielfalt der Natur bestaunen könnten? Wenn wir von traumhaften Reisezielen und Spezialangeboten nur träumen könnten und sie nicht live erleben könnten? Was wäre, wenn wir darauf verzichten müssten, der Welt und ihren Menschen mit vollem Respekt zu begegnen? Und was, wenn wir alle unsere Sinne nicht mehr dorthin bringen dürften, wo sie wirklich Neues sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen können? Was wäre, wenn wir nicht mehr Wow sagen könnten? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020